Einen wunderschönen guten Tag, ihr lieben Schmelzhasen. Ihr seht, ich bin gerade unterwegs. Ich habe hier mein mobiles Equipment mit dabei. Und ich möchte euch gerne an der Stelle einfach mal noch kurz eine Information mit an die Hand legen. Nämlich mein Sponsor hier auf dem Kanal, PCBWay, feiert Zehnjähriges. Das heißt, die sind jetzt zehn Jahre alt. Habe ich auch nicht gewusst. Aber nichtsdestotrotz, ich finde, das ist schon beachtlich. Und wenn man so eine gute Geschäftsbeziehung hat wie mit PCBWay, die mir wirklich komplett freie Hand lassen. Die also sagen, okay, du hast einen 3D-Druckkanal, solange du jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, Make-Up-Tutorials machst oder irgendwie Schuhe anprobierst oder so, was gar nicht zum Thema bei uns passt. Kannst du machen, was du willst. Und das hilft mir natürlich auch, entsprechend komplett unabhängigen Content zu machen, auch den einen oder anderen Drucker mal zu kaufen, weil ich einfach durch die finanzielle Unterstützung von PCBWay dazu in der Lage bin. Und deswegen vielen, vielen lieben Dank, PCBWay. Happy Birthday. Und wenn ihr jetzt wissen wollt, was PCBWay alles kann, unten in der Videobeschreibung findet ihr einen Link zu der Webseite. Die können 3D-Druck in Nylon, Titan, also alles Mögliche. Die können CNC-fräsen, die können noch weitere Metallbearbeitung anbieten, die können sogar, glaube ich, Spritzguss mittlerweile. Also das Einige ist dabei. Und wenn ihr immer sagt, okay, ich hätte gerne mal einen Bauteil, eine Kleinserie, natürlich auch Halbleiterpartien, die ich jetzt so nicht mit meinem 3D-Druck produzieren kann oder mit dem Werkzeug, was ich in der Werkstatt habe, dann schaut doch mal bei denen auf der Webseite nach. Es gibt nochmal einen Rabattcode, den blende ich hier unten ein. Mit dem könnt ihr auch nochmal ein bisschen was gut machen. Und in diesem Sinne, vielen, vielen lieben Dank, PCBWay nochmal, dass ihr meinen Kanal sponsert. Happy Birthday, Hoddle the Line, Happy Printing und Ciao! Vielen Dank!